Musik Mein Name ist Melanie Fraunbrath Und mein Name ist Jörg Langebach Und wir begrüßen uns heute mit einem kräftigen Coachheit Allah Und wir möchten euch heute noch einen kleinen Überblick geben Was so ein Schatzmeister in der KKG Schädel-Jäcke eigentlich leisten muss Der Schatzmeister im Verein ist, wie der Name schon sagt, Meister der Schätze, also der Finanzen Die Schatzmeister werden in unserem Verein von den Mitgliedern gewählt Unsere Aufgaben sind sehr verantwortungsvoll Wir sind für die Führung der Kasse verantwortlich Wir müssen darauf achten, dass Zahlungen und Ausgänge stimmig sind und keine Ungereinheiten dabei auftreten Außerdem wickeln wir den Zahlungsverkehr im Verein ab Oder delegieren diesen an einen Mitglied der KKG Wir müssen außerdem regelmäßig Berichte über die finanzielle Lage der KKG abgeben Und übernehmen die Buchführung des Vereins Eine unserer wichtigsten Aufgaben in der KKG Schädel-Jäcke fällt Ihnen so gut wie jedem Verein an Die Verwaltung von Mitgliedsbeiträgen Wir sammeln oder ziehen die Beiträge ein Und behalten den Überblick über bereits geleistete Zahlungen Und verwalten die eingehenden Spenden Wir überblicken sämtliche Zahlungsverkehr des Vereins und wickeln die Bezahlungen von Rechnungen ab Belege sammeln oder ordnungsgemäße Buchführung sind ebenfalls unsere Aufgabe Außerdem pflegen wir Kassenberichte, Einnahmen, Überschussrechnungen und das korrekte Abführen von Steuern Weiterhin sind wir für die wirtschaftliche Planung und das langfristige Überdenkung in Sachen Finanzen verantwortlich Wir halten stets den Überblick über Liquidität und Rentabilität des Vereins Und dienen als Sprachrohr zum Vereinsvorstand bzw. zum Vereinsvorsitzenden Welchen wir immer wieder auf dem Laufenden halten, sodass wichtige Entscheidungen gemeinsam besprochen werden können Unsere Blick auch die Vor- und Nachbarnung von Veranstaltungen Zum Beispiel müssen wir Wechselgeld organisieren, Bilanzen erstellen, Geld für den Einkauf, das Material zur Verfügung stellen So, somit hoffen wir, dass wir euch einen kurzen Überblick geben konnten über die Tätigkeit als Schatzmeister in der KG Sheta Jeppe Vielen Dank, Melanie Frauenbach und Dirk Langebauer Die KG Sheta Jeppe Zu klein. Oh, Tee. Tee. Oh, Tee. Sieht da deine Jacke aus? Ella, du kannst die Jacke mal probieren. Ja. Ja. Ella. Ja, wenn es sein muss, ne? Mama.